Meine verehrten Damen und Herren, hallo, mein Name ist Bernd Michael Land. Ich bin Musiker und Klangkünstler aus Rottgau, Kreis Offenbach und ich wollte auf diesem Weg einfach mal Danke sagen. Ich konnte Mitte Dezember mein Album Definitivum zu Ende bringen. Das Projekt ist somit abgeschlossen. Nun liegen fast drei Monate harte Arbeit hinter mir und das Projekt ist fertig geworden und ich bin super zufrieden damit. Es ist toll geworden, es ist ein fantastisches Werk. Nur durch das staatliche Arbeitsstipendium Hessen kulturell neu eröffnen, der Hessischen Kulturstiftung, war es mir überhaupt möglich, dieses Projekt zu beenden und somit den fünften Teil praktisch zu schaffen und das Gesamtwerk, das Lächeln der Bäume abzuschließen. Ja, nochmals vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass das Land Hessen uns Künstler nicht so ganz in der Luft hängen lässt und uns doch etwas unterstützt. Es tut uns gut, wir brauchen es und es gibt uns auch das Gefühl, dass wir systemrelevant sind in diesen harten Zeiten. Ich denke, in 2021 wird alles besser und ich freue mich, wieder auf Konzerte zu gehen und wieder ganz normal mein Geld verdienen zu können. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. 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 Dankeschön.